So, was spielen wir für Spiel hier grad? Warte mal, Achtung, AHH! So, es wäre nur interessant, sterben wir jetzt öfters oder nicht? SimCity ist es nicht, warte mal. SimCity? Ja, da ist ja schon wieder ne Nova... Die werden dann Skylines. Haben die schon wieder eine? Ne, ach moooon! Skyline? Und? Och, ich hab keinen Bock mehr. Ja... So, Juan ist auch ein neues Spiel. Was? Ja, neues Spiel. Okay, pass auf, ich mach einen auf Hardcore pushen, wenn... äh, Ding ist. Oder? Ich weiß nicht. Hat mir jemand einen Tipp? Ah ja, schon das Ding hier geleckt, hier. Da oben ist... Ich hab den Kacktasser da, Alter. Wir haben einen Scheiß Tasser da, ne? Ja. Das ist der Nachteil. Hier ist... Aua, Aua! Ach man, weißt du, ich hab da auch keinen Bock mehr, das ist doch wurschbar. Ich hab immer Mittelpunkt und so Sachen. Wir haben dich gerecht. Das ist aber lieb, dankeschön. Jetzt mal. Ich weiß nicht, liegt da an meinem Nicknamen oder was ist es? Ja. Liegt da an meinem Flügel? Ist es der Gnom? Wieso hab ich eigentlich so ein komisches Reittier? Boah, hab ich ruckelt oder bin ich besoffen? Hahaha. Ich glaub, da schreiten. Da scheiden sich die Geister. Wer lässt sich scheiden? Diesmal wird gewonnen, das ist mir scheiße drauf. Oh! Oh! Ich hab gedacht, du nehm ich das Herzle auf, nix was. Wo ist denn das? Oh nein. Nein. Ach, das gibt's doch ned. Alter, Walter. Bluffer, sag doch mal was. Wo ist eigentlich unser Knover? Die sind wieder so aggressiv, machen doch immer das gekümmelt danach. Die sind das vergegnet, haben wir nichts scheides gekämmelt. Ach man, Bluffer, lauf. Lauf nicht. Das ist nicht die echte Bluffer. Das ist mir schon klar, was soll ich sonst drauf halten. Ich spiel heute, Alter. Alter, das ist unglaublich. Alter, Alter. Das hab ich noch nicht erlebt. Alter, Alter. Meine Fresse, du glaubst es. Ich glaub's mir noch. Einmal auf Range gegangen. Ne, ich hab hier noch Anno drauf. Annal! Annal? Annal. Ist die jetzt an unseren dran? Mensch, müssen wir das machen. Ach doch mal, das gibt's doch ned. Du kommst ja nicht dran. Und wer hat jetzt bei denen unser Ding gemacht? Den sein? Oh mein Gott, Uninova hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. So, wo müssen wir hin? Wo sind wir denn? Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Es geht mir nicht in mein dickes Ding rein, ey. Die machen mal Damage auf dem Ding, oder? Ja. Wenigstens der Schild drunter bleibt. Ey, das ist so unglaublich. Showtime haben die letzten Spieler übrigens alle gewonnen. Okay, falls es jetzt nicht so ist, dann wisst ihr woran es liegt. Die machen wir jetzt kaputt. Ah ja, die Nova ist bei mir. Ah, ich hab auch noch das Camp gepusht. Er legt mir doch immer einen fetten Pimmel. Das ist doch unglaublich. Guck mal hier, die eine zu schnell da, die... Boah, ich bin so besoffen. Ich seh nichts. Ich hab dem immer ein Schild. Ja. Wer kann, der kann. Ich mach noch ein bissel. Ach Gott, vergiss es. Hm. Lägerlich. Hälfer beim Camp, bitte. Das haben die jetzt gesehen, dass ich es gestattet hab. Bluffer, bitte. Mies, riefen. Mies, riefen. Ja. Gibt es eigentlich Over-rum, oder Un-rum? Oh. Alles egal. Ja, Over wäre nicht schlecht wegen der Minions. Hä? Der hat eben oben gesagt, oder? Ja. Ober-rum, Un-rum. Warum lief es dann Un-rum? Man wird da nur verarscht. Was gibt es denn nur? Oh, du willst. Du flinkst ganz normal. Ober-rum, oder Un-rum. Unglaublich. Ich hab's denn vergiftet. Also so. Obla, war. Gibt doch nicht die Ding auf. Ach, komm, hör auf. Ich krieg ein He- Zeit, wann kann der 10 Türme legen? Was ist das für ein Cheat? Un-fucking-fast. Oh, unter, guck mal. Mach, mach, mach. Oben. Kennen. Mach's erstmal hier die Dinger weg. Ich glaub das alles nicht. Ach, der wird auch ganz so. Ja, die sind schon da. Die sind schon da. Die sind schon da. Die nehmen das jetzt gleich. Warte mal, wenn wir fertig sind, kommen sie und dann. Oh, nee. Oh, oh. Wer kommt? Wir haben es selber gekriegt. Das ist unglaublich. Ich hätte das gedacht, dass wir hier mal was reißen, ey. Es sind drei, vier Klinge unter. Wir müssen aufpassen, ob wir das jetzt aufkommen. Was wird passieren? Ohne? Oder die machen unten. Ah ja, ist doch klar. Ah ja. Der ist weg da. Ich spiel nur noch gegen KI. Schon schnell zufrieden. Oh ja, gegen KI. Komm, das letzte Spiel machen wir mal KI. Irgendwann morgen früh um sechs. Komm doch her, komm doch her, komm doch her. Bitte auf die Fresse. Bitte auf die Fresse, bitte auf die Fresse. Komm doch her. Glauch, komm her. Komm. Komm. Oh ja, Bombe. Das ist ja Bombe, ist das. Ich brauche erstmal Mana. Ich bin gleich wieder durch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss weg, ich muss weg. Oh mein Gott. Ach, ich weiß nicht mal was ich skillen soll. Ich habe schon alles probiert. Fischte. Explodieren, das klingt gut. Ich nehme das übrigens auf. Ach ja, Ladies and Gentlemen. So, kommen wir jetzt ran hier oder wie? Das späteste Intro meiner gelaufen Karriere hier. Schüsste. Ich glaube nicht. Ich glaube es geht noch länger. Da ist Nova. Oh. Ich habe Sagara abgesetzt. Komm Sagara jetzt. Alle zusammen Sagara. Komm, go, go, go. Einmal down jetzt hier. Komm. Einmal von den Gegner ein down. Komm. Läuft sie weg. Läuft sie weg. Das Spiel ist nicht richtig. Wir deffen hier jetzt. Hardcore. Ist mir scheiße gehalten. Hier wird jetzt gedefft. Sag mal, haben die auch ne Ding, warum da alles hochgehealed ist bei denen? Gibt's doch nicht. Mach platt, mach platt. Mach platt, mach platt. Jawoll. Jawoll. Jetzt. Jetzt. Nehmen wir Fahrt auf hier. Der nächste. Der nächste. Komm. Wer will der nächste sein? Komm. Alle down jetzt. Geh mal ein bisschen hin. Hilfe euch. Fahr auch. Fahr auch. Alle gleichzeitig hin jetzt. Boah. Ist doch unmöglich. Ist doch unmöglich. Hat er die aufgetackt oder ist die echt? Oh ne. Ist die andere. Scheiße gerade jetzt. Ich geh da rein. Ist mir egal. So. Showtime. Komm. Ja. Einmal Moralis gegen alle. Einmal Moralis gegen alle. Wenn wir an das Pädophilen gehen. Ja. Pädophil. Ja. Pädophil von allen. Pädophil. Er hat eigentlich das Camp gemacht jetzt eben. Welche? Das check ich nicht ganz. Das Wundere. Das Wundere. Das Wundere hab ich gemacht. Pädophil. Ja. Pädophil. Pädophil. Ich guck jetzt gar nichts. Ich guck jetzt. Ich guck jetzt. Das gibt's doch nicht. Leute. Fokus. Fokus. Sagara. 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 Ohja. Was? Wo kommt die Ulti her? Ah jetzt doch noch nicht. Weiß ich nicht drauf vorbereiten. Wo seid ihr denn wenn der Funko schreit? Laufplaffer. Sagara. Sagara. Ich schütze dich. Ah nee. Boah. Ach Gott komm. Ja komm. Natürlich. Komm. Ist mir jetzt scheißegal. Mach ein Blatt. Mach ein Blatt. Das trinkt nicht mehr. Das kitz doch nicht. Unglaublich. Hilfe. Danke. Anfucking fassbar. Ja natürlich gehen wir da rein. Und wie wir da reingehen. Warte mal auf. Warum ist das? Da ist doch immer ein bisschen Zahnerei da. Aber ehrlich. Oh nein. Mach die Dinger da und jetzt da. Was gibt's denn hier? Du. 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 Ach. Kommt denn der Kreis her. 100 Mal Maximum Damage auf unseren Jetzt. Ah ja. Während die Nova uns gegenseitig alle abknallt hier. Ja und der hat natürlich hundertmal hintereinander die scheiß Kreise statt irgendwas anderes. Ist das denn die Möglichkeit? Endlich 10. Ey. Wir könnten schneller sein. Legt mir am Arsch. Jetzt kommen sie alle. Oh nein. Geht's nicht? Die Wenz ist voraussehne. Das gibt's dann. Ach vielleicht. Hey. Ein hoch. Auf Suki. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Ne. Ich verstehe auch nicht. Haben wir jetzt fünfmal... Hey. Jetzt mal blöde Frage. Haben wir fünfmal hintereinander selbe Team gehabt oder so als Gegner? Das wird ein bisschen was erklären. Das wird ein bisschen was erklären. Ne ne. Ja. Das ging ins Leere. Wer hat von euch hier Heldenliga 1 oder so? Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Hallo. Ich auch nicht. Boah ey. Das ist sogar Ulti für mich. Nein. Sagt mir jemand denn Gefahr für mich bestellt? Äh. Ob ich hier sind alle hier? Ist doch eigentlich? Vielleicht hier auch Nova. Alle unten. Nova ist auch unten. Ja ja. Wäre schön wenn du da auch mal ein bisschen was kaputt machst. Ich mach's noch fern. Ja. Alle unten. Ich sie das kommt. Die sind genau dann da wenn ich fertigrad bin. Genau dann sind sie da. Oh nee sind sie nicht. Ich haben sie jetzt mitgekriegt das ich da unterwegs bin. Weiss est was ich mache den dankem. Des geht's ned. Ganz frech Oh, runde Scam Ja, noch oben Cool Ich hab mich nicht schon erinnern War klar, war klar Ich bin weg Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich denk dir ab Ich komm von hinten Brauchst du nicht Oh ja, ist klar Dummisch auch Heute mal nett Die wechseln Nova Unglaublich Unglaublich Ja Jawohl, wir haben einen Tag First Blood Jetzt haben wir 30 Sekunden Ruhe, macht ihr noch mit? Bin dabei Also Na, Gas sollte da eher abbrechen Oh Ich kann eine Ulti in eure Richtung schießen, Notfall Hm Oh, jetzt Was war das jetzt? Oh, jetzt Deffen Deffen, Deffen Deffen Jetzt machen wir sie platt Und Deffen Die warten jetzt bis der andere Fuzzi kommt Wir müssen da was machen, ey Oh, wo kommt die mal her? Das gibt's doch nicht Wer macht das so schaden? Hat man hier einen Heal? Unglaublich 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 Der kommt da nicht rüber Der kommt da nicht rüber, ne? Der kommt da nicht rüber, ne? Alles ich heute Leber zurück Der ist Mitte drinnen jetzt Oh jee Komm ne Opa, die haben alle nichts mehr Guck mal Easy Gain jetzt Mach's einfach nur alle platt Guck mal, unser Cam pusht Ich glaub ich geh da mal pushen, ey Ohne Witz Das ist doch Vielleicht habt ihr die Fotos auch gesehen Wo wie sie nackt ist und so am Scheiß Was? Hast du nackt? Ja Oh, das ist jetzt schon zackend, ja Jetzt geht dir da ne Haufen Blutmasse vom Gehirn ins Ding, ey Ui Mach den Bug, schau doch mal Boah, da oben ist einer drin Ne, ist einer Ey Chris Ja Was'n? Schau mal, so wie ich drauf sitze Oder schlau Das ist auch so ein komisches Ding Das sieht voll geil aus bei dir Ich hatte es neulich auch mal Das ist schon geil Aufgekehrt geritten Und das nicht getragen hat Sind alle gemutet Oh, da kommt ein Boss Gib ihm mal Level 17 Boah, hat der einen Hauptschild Lecker Arsch Komm, geht runter, mach den Boss Runter? Hat der Boss? Der kann mich heilen Soll ich pushen? Soll ich pushen? Der ist aber oben, der Boss Hä? Hä? Du sagst, geht runter, mach den Boss Oh, mach's bitte Oh, abgehalten, sehr geil Ach, leckt mir doch an meinem Ding, yay Der Moment, wo der containing Riecht einfach schön Dauer Von der Drecksch Lauf, Bluffer Hat das Ding schon immer so langsam Rea... Oooo Guck mal, wie er wegrennt. Feigling, warte nana. Wo ist in den Oma? Damit bin ich denn hin, aber... Neee. Den aller erinnern. OH! Ich sag nichts. Was denn? Alles cool! Alles cool. Ich sag ihr, ich sag nichts. Anstrengend. Sehr anstrengend. Machen wir jetzt Camps? Um und unten. Ich geh heim. Ich geh heim. Ich geh heim. Ich mach den hier. Ganz frech. Das machen sie selber gerade. Was? Ich komm Diabolo. Ich mach unseres, ich mach unseres. Kommst du klar unten? Nee, ich komm lieber runter. Ja, ich krieg das. Das ist nur ein Softcamp. Egal, ich komm lieber helfen. Das ist mit so Whisky hier. Warum? Sicher ist ich ja. Weil ich mich mein. Das ist ein Wundfuss. Du holst das zu uns und sagst, ich geh pushen. Hardcamp. Im Softcamp darf ich nicht alleine machen. Und im Hardcamp mach ich alleine. Das Hardcamp ist bei uns. Da ist die Gefahr, dass da einer kommt, eher gering. Ich push jetzt durch, was die bei uns durch Brosse plattgemacht haben. Ich sag mal, wenn die zurück kommen, bitte. Ich push du weiter. Gut. Ich muss noch weiter pushen. Ich komm hoch. Jetzt geh weg. Gut. Eigentlich müssten wir als Assistent den Taza da rauskriegen. Ich könnte eigentlich den Gessler noch plattmachen, ey. So, die sind jetzt erstmal beschäftigt. Mach den Ding, mach das Ding, Leute, ey. Ja, da oben waren drei. Ja, egal, mach zu platt. Das hat er da am ETC kommt. Wir haben jetzt echt ne Chance, Leute. Verfickt's bitte, ey. Heute Abend haben wir die erste Chance unserer Leben. Ja, ist richtig. Weg da. Ups, ja. Mach den Blatt, mach den Blatt, komm, mach den Blatt. Oh, wo bin ich? Jetzt komme ich da hin. Ja, ne, ist da. Das geht's doch nicht! Ich bin gleich wieder da. Okay, Cam pusht unten. Und die lang da mal drei Minions weg zu hauen, ey. Das ist ja unglaublich. Komm, Cam, go. Two Minions. Genau. Ja, und der eine Affe greift natürlich den Turm in der Mitte an. Das ist so unglaublich wieder. Oh, ich zitter am ganzen Körper wieder. Das ist unglaublich. Ich krieg an dem Bier. Wenn's Bier wäre. Es ist ne Mischung aus Smirnoff, äh... Was hab ich da noch? Pflaumenbein. Und... San Bitter, Bitterino, scheiß direkt da. Okay. Oh, hab das ja abgehalten, Posten zu machen. Oh, oh, Showtime. Uuuuh. Ne, ich würd deffen. Ahn weh. Wir dürfen gleich wieder deffen. Ich fang schon mal oben an. Geil, ist da läuft jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sprüche jetzt oben, du hast. Nein, wir haben nicht alles oben oben. Ha, die müssen deffen, ey. Guck dir das an. Bist du nett? Was? Was? Ja, ich bin da noch böse, Mann. Ja, ich bin da noch böse, Mann. Ja, ich bin da noch böse, Mann. Na, Push. Nein. Boah, Kackfläche, Alter. Scheiße. Mir fehlen Minions zum Pushen. Wir werden fast gar nicht kommen, weil sie sich alle weggehauen haben. Ich komm' back. Oh Mann, ey. Wir haben jetzt wieder perfekt Sext. Diese... So, jetzt. Schnell. Ich geh mal davon aus, dass die dort sind, ne? Hättest du uns gedacht, Top? Ja, oder unsere. Eigentlich müssen wir unten machen. Dass das unten durchgeht. Also hart kämpfen, soft-campen und... Oh mein Gott, natürlich ist sie da. Oi, oi, oi. Haaaa! Da oben läuft sie. Scheiße, Mann. Ich krieg sie nicht. Ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. Wir haben unser Camp gemacht? Ja. Scheiße. Ich hab ihn, der bewegt dich keinen Meter Weg um dessen gehen Ja, bin schon dabei Oh mein Gott, ist das doch unglaublich Ja Wollen wir einfach mal versuchen alle auf dem Core drehen? Das schafft wir nicht mehr Ich glaub das sind wirklich die letzte Einzige Aber dann unten rum Geht schon runter Wir könnten Gastel sogar alleine rauskicken Wenn er alleine wäre Das kommt jetzt ganz oft Nova drauf an Oh Mann Ich hab keine Nerven für so einen Scheiß jetzt Die rechnen damit, die sind nicht an ihrem Boss Dann lenken wir sie ab, dann passt doch Wir müssen ja nicht rein Können ja hier erstmal ein bisschen aufräumen Die kommen, die kommen Oh, warum hatten das jetzt die Stimmung? Nein! Wir haben auch Oh kacke die 10, Mann So war fast auch nein, wir sind schon ein Bad Ja, immer nur fast da halt alle Ja, endlich mal So Achtung, nicht zu weit rein Nicht zu weit rein, nicht zu weit rein Nicht zu weit rein Go, go, go Nicht zu weit rein Wo ist dies Hammer? Das gibt's doch nicht! Seit wann hat die so eine Range mit der Ulti? Der hat so eine lange Range Die hatte ich vorher nicht Rückzug, rückzug, rückzug Ich bin jetzt am Chor Hallo! Auf! Oh mein Gott Das gibt's doch nicht! 3 Promille und ich verkraft's trotzdem nicht Rücken Können das noch 40 Sekunden hinhalten, wenn wir wieder da sind? Oh mein Gott Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Ich zitter Er machte Damage auf unseren Chor Er hat die Gatterbulte Der Boss meine ich schon Ich check's nicht, ich check's nicht Sollt ihr? Wollt ihr? Sollt ihr? Ah, schon wieder Jawoll, gibt's! Einfach süß! Was? Die scheiß echte Nova, das gibt's doch nicht Jawoll! Wir haben eine Chance! Wir haben eine Chance! Kassadorn, kriegen wir den raus Läuft hier um Versuch, holen Ich hab den Schieß von Nova, das ist mein neuestes Problem Komm, Damage auf den Boss, Damage auf den Boss, jetzt scheiß auf alles andere Komm ich Wenn wir einen Boss kriegen, jetzt haben wir gewonnen Das Problem ist nur, einer muss wahrscheinlich defen Weil das Incoming, das kann man nicht Ich geh defen, ich geh defen! Kommt ihr klar? Ja Wie die hittet mich Wenn wir nicht noch den Tazer da rausnehmen Und die Nova läuft hier rum Kommt ihr down? Kommt ihr down? Ja Kommt ihr wrapper? Ja Kommt ihr CRAFT.. Schafft ihr es? Ja ja wir haben uns überhaupt gleich noch so ist alle zusammen hier oben ich unten eigentlich alle zusammen vor euch ich kann es unten packen ihr habt jetzt noch ein camp dabei, haltet euch aber zurück haben wir jetzt nämlich eine echte chance ich hätte lieber das gegen pushen geskill da wäre ich jetzt schon durch scheiße ich kann jetzt sehen dass nur was zu dir runter kommt ok ich schalte die augen auf ja, die tc ist raus geil jawoll ich bin schon am ua ramm der gar hat die gefressen, den tc sieht mir auch noch nicht hier, warte ich hole sie mir oh, die haben sie hier, nova die da wegläuft die, genau da haben sie, da haben sie so wow, ist es unglaublich ist es unglaublich ladies and gentlemen, liebe zuschauer schaut euch das an, das epischste game der heutigen nacht wow ich muss jetzt erstmal ein eisbad holen für meine tastatur oh, mein armes kuh wahnsinn und das mit der promille zahl ja also als gegner team hätte ich mir jetzt echt übelst 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 fette arsche wow, leute weil die showspieler haben am anfang so lange getan die sind die kackloops genau, wir haben nur so getan als ob hör mal auf, ich hab Kopfschmerzen wie die Drecksau Leute wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da bye bye tschüssi vielen Dank vielen Dank vielen Dank vielen Dank